Oh, in den letzten Folgen, den scheiß Don Maulwurf noch mit einem genauen Zug sozusagen, doch noch besiegt. Digidi, dagidi. Ah, die Haar-Fänglich. Oh, wir müssen hier weg, ey. Wir müssen weg. Oh, wie sweet. Nein. Ich hab... Oh, Hintertür. Oh, wir sind rausgekommen. Hoho. So, jetzt können wir noch mit teleportieren, mit einem Punkt uns noch nach Ascanta teleportieren. Ich glaube, wir sollten uns für die nächsten Sachen doch gut vorbereiten. So langsam. Ja, jetzt wird's so langsam sicherlich kritisch, dass wir mit allen Sachen nicht mehr so ganz gut vorankommen. Aber es hat noch Plinkploi gemacht. Fellpancho. Ja, immerhin, ne? Hm. Ich muss da irgendwas austauschen. Soll ich sehen, ob er das natürlich aussetzen kann? Ne, kann er nicht. Weil ich hab nämlich hier was mit der Ausrüstung vor. Ablegen. Fehlt natürlich ein bisschen jetzt an Verteidigung, aber... Dedele, 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 dedeet. Ne Fellkappe. Und den Fellpancho starten. Da ist nämlich, soll irgendwie so ein Fellmütze rauskommen oder so. Wir hoffen, dass die dann wieder unser Flash anziehen kann. Boah, wir sollten jetzt unbedingt noch speichern. Ja, über Nacht. Was? 7.515. Wir werden auf jeden Fall für die nächste Insel gut ausgerüstet sein. Das sag ich jetzt schon. Oder wir können alles verzocken. Können wir auch. Naja, aber ich glaube doch, wir sollten das in Ausrüstung stecken. Oh, wir müssen noch speichern. Lü, 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 lü. Ja, sicherlich. Äh, 23 Stunden schon verbracht. Ja, gut. Vieles AFK rumstehen und sowas. Das wird jetzt auch nochmal affig Zeit kosten hier. Ja, zwei Stunden. Die haben wir gar nicht gespielt, die zwei Stunden. Ich meine, es ist nur AFK hier rumstand. Im Essen. Ein paar Kleinigkeiten erledigt. Da wird das Spiel auch angelassen. Entwegen, so lange. Kann auch nicht passen. Dann sind wir jetzt, glaube ich, bei 55 Folgen oder so. Also irgendwas bei über 50 Folgen sind wir ja schon. Und da sind wir auch mit guten Viertelstunde. Ja. Ah ja. So, hier, bitteschön. Danke, tschüss. Danke. Danke. Das wollte ich nochmal hören, dass die Gunst gehört. Jetzt müssen wir wieder eine Nacht in die Schattenwelt und das geht ja von der Bibliothek jetzt aus. Äh, dann machen wir teleportieren und zwar nach Trudanin. Trudain. 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 Keine Ahnung. Wie man es geschrieben hat, kann man es auch aussprechen, bestimmt. De 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 den. Aber warte mal, muss ich jetzt warten müssen, Nachts fabulous oder kann ich hier schon so rein? Auf euch habe ich jetzt so gar keine Lust, aber ich kämpfe einfach mit euch. So. Auch in den Saus sind raus hier, obwohl können wir auch bei denen auch reinsetzen, um sie vielleicht down. Aua. Saus, saus, saus und raus. Darf doch nicht mal an. So. Chang's kann schon die zweiten bestimmt. Und. So. 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 So wollte ich es eigentlich sehen. Zu hoffen, dass er nicht mit vollem Leben da ist, ist er auch nicht. Level 20 Jessica. So. 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 . So. So. . So. 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 Was hat denn das Pferd damit zu tun, Medina? Alter, der ist doch auf Drogen, der Typ. Die Melodie ist auf jeden Fall geil. Und wir schwimmen. Das Wasser tritt aus. Wow. Respekt. Was komisch ist, dass wir unter Wasser atmen können jetzt. Weil ich daran fleiß, dass es nur magisch, dass Wasser ist oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Schiff kommt raus. Und? Es schwimmt. Als ob es die ganze Zeit heile gewesen wäre. Nur, dass es jetzt nicht voller Wasser läuft oder so. Naja. Dann gehen wir ihn hoch. Medlein. Ich schau mal ein bisschen eine Turbo ein. Weil ich überziehe nämlich gerade die Folge. Deswegen will ich das noch in die Folge reinpacken. Und wollte jetzt auch keinen Pepp machen. Na komm, wir gehen schwimmen. Komm. Komm. Na ja, ich komm schon. Blub, blub. Bing, bong. Bing, 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 bing. Oh, die Treppe, die haut ab. Blub, 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 blub. Untertitelung des ZDF, 2020